Wehmut liegt in der Luft, ein herzliches Willkommen zum letzten Mal F1 2021 Megaseason, das letzte Rennen hier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Abu Dhabi. Es wird spannend, es wird spaßig und vor allem auch bei uns hier geht es zur Sache, wir müssen gegen Verstappen ran. Ich meine, ich habe die Rolle von Paris übernommen, das bedeutet, wir werden keine Chance mehr haben, Weltmeister zu werden, aber Hamilton kann sich heute hier noch bei uns den Titel holen. Gucken wir mal, was das Orakel so sagt, währenddessen läuft auch das Rennen, ich hoffe es ist spannend, 5,5 Kilometer, 2 DRS Zonen und ja, eigentlich eine sehr flache Strecke, die haben wir eine Titelstrecke, hier in Herzen von Abu Dhabi oder hier auf Yas Island, sagen wir mal. Abonniert gerne den Channel, kostenlos, macht auch gerne ein Däumchen da oben weg und schaut auch unbedingt gerne auf it-gaming auf Instagram vorbei oder auch gerne auf it-gaming auf TikTok vorbei. Ich bin sehr gespannt, auf it-gaming-tobik, der echt viele, viele Formelern-Sachen sehen, also ist auch unten verlinkt, wie immer alle unten in der Bio. Wir können in der WM nicht mehr mitreden, auch ich denke mal, das ist nur noch eine Formsache, weil hier ist kein Punktegleichstand. Das ist noch der WM-Stand vom vorletzten Rennen, das bedeutet, wir sind ja eigentlich in die Rolle geschlüpft vor Saudi-Arabien, das bedeutet, ja, ich konnte nicht mehr viel ändern. Der Starting Grid ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und explosiv. Wir starten von Paul neben Max Verstappen, mischen uns hier in offiziellen bis in die WM-Entscheidung ein, sonst wäre es eigentlich sogar mit Hamilton und Verstappen hintereinander, der erste Start-3 ziemlich interessant geworden. Dann Leclerc und Sainz, eine Ferrari-Reihe, Fettner und Alonso. Dann nehmen wir Stroll of 8 und Ocon, Bottas nur of 10, das ist sehr enttäuschend. Hinter Ocon, dann hier Zunoda und Giovinazzi, Ricci, Riccardo und Russell, das wäre natürlich, ja, ziemlich eine coole Ausstellung. Und hier Kimi, der auch hat sein letztes Rennen bestreiten wird für die Interform Lens, ist echt sehr traurig. Nori nur auf 16 und Latife, Marzipin und Mick, auch Antonio Giovinazzi wird in die Form L wechseln. Es gibt ein paar Abschiede, wie eigentlich jede Season ist es immer traurig, weil die Werten fehlen, aber es kommt neue Luft rein mit Schau und auch, ja, und der Start war okay, wir müssen uns hier gleich mal gegen Max Verstappen verteidigen, weil der ein bisschen besser weggekommen ist. Wir haben aber die Außenseite, so könnte es heute verlaufen sein, Hamilton da innen chancenlos gegen uns. Verstappen der Einzige, der mit gelb gestartet ist, das wird eine ziemlich interessante Sache, der macht hier ordentlich Druck, ich möchte natürlich vorne bleiben, aber Halleluja, ich darf natürlich auch nicht zu hart zumachen, sonst crasht da jemand. Oh, Hamilton auf den vierten Platz abgeschlagen worden hier. Leclerc kommt rein und überholt da einfach. Ja, da geht es ordentlich zur Sache, aber ich denke mal, das ist eh nur noch Formsache bei uns hier in der WM. Ich meine, da ist eigentlich alles entschieden. Man muss, glaube ich, theoretisch nur zwei, drei Punkte holen, um Weltmeister zu werden. Also da ist es nicht so spannend wie in der wirklichen Form Lens. So, hier einmal rauf. Oh mein Gott, und wir berühren hier den Körper, den ich so oft, ähm, man, das ist scheiße, Mann. Den ich so oft, äh, irgendwie, äh, ich hab so oft gesagt, da darf ich nicht draufhauen oder so. Und hier in der, okay, genau, perfekt. 18er Platz, genau, hier, dank Gelb durfte mich Norrin nicht mehr überholen. Trotzdem, das ist scheiße gelaufen, das war unnötig und sehr, sehr dumm. Nur in der, in der Eifer des Gefechts, ja, hier die Reifen sind extrem heiß im Eifer des Gefechts. Ähm, ja, konnte ich nicht hier, hab ich, war ich nicht bei Clown verstanden, musste, oder bin über den Körper gegangen, das war sehr dumm. Ähm, hat hier wertvolle Plätze gekostet und wahrscheinlich sogar den Sieg. Trotzdem müssen wir jetzt hier das Beste draus machen. Es ist, äh, unser letztes Saisonrennen, da hat es jemand noch erwischt. Es ist ein, äh, dahinten gab es irgendwie eine Kollision. Es muss Mick sein, weil er Mazepin hinter mir noch fährt. Also es ist auf jeden Fall Mick Norrin auf dem 18. Platz, auch nichts gut gemacht. Äh, lag wahrscheinlich auch an mir aus dem letzten Kopf ein bisschen mit einem Abkürzung hier rausgekommen, aber es gibt eh erst nach drei, ähm, ja, eine Strafe. Ähm, warum sage ich das? Das könnte heute eventuell noch zu einer kommen, aber, äh, ja, das, das schauen wir später. Äh, ein bisschen zu weit rausgekommen. Die Reifen sind noch nicht ganz, ganz so, wie ich mir das vorstelle. Äh, ich muss ja echt fighten um den Platz. Und Ricardo, ja, das ist halt echt hier nicht die schönste Strecke, um zu überholen. Es gibt vielleicht nur ein, zwei Stellen. Vielleicht mit dem neuen Layout gibt es ein paar mehr. Ich bin sehr gespannt. Ähm, uns erwartet ja aktuell ein Mega-WM-Fight, während ich dieses Video geladen habe. Falls ihr es erst danach seht, ja, ich hoffe natürlich, ähm, es ist fair zugegangen. Ich hoffe auch natürlich, ähm, wir feiern einen Weltmeister. Es wird natürlich hier, es werden nicht alle hundertprozentig glücklich sein, weil manche sagen, Verstappen hat es mehr verdient. Manche sagen, Hamilton ist eigentlich die Season bis auf Großbritannien fairer gefahren. Ähm, aber man kann es nicht jedem recht machen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ja, wer den Titel holt, äh, es ist, verdient haben es beide. Sie haben beide acht und, äh, neun Wins geholt. Also, ähm, ja, deswegen bin ich echt gespannt, dass dieses Duell wird zwar nicht die Geschichtsbücher füllen, also natürlich mein Hamilton-Weltmeister wird, aber, ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Season, die es in sich hatte. Mit, ähm, ja, Provokation, mit vor allem aggressiven und teilweise regelwidrigen Fahren, äh, was echt teilweise echt zu weit ging. Also, ich rede auch von Saudi-Arabien. Das war ein Grand Prix, der vielleicht spannend war für manche Leute, aber der, so als Sicht der Formel 1, ehrlich gesagt, äh, etwas zum Vergessen war. Also, man sollte da wirklich nicht sich ein Beispiel an diesem Grand Prix nehmen, auch wenn da vielleicht die Einschüttel-Gruppen höher waren. Ich meine, da gab es Unfälle, die viel schlimmer ausgehen hätten können. Ähm, aber, ja, das werden wir wahrscheinlich, äh, in der Zukunft wahrscheinlich öfter erleben, wenn er für Start-Mund den Weltmeistertitel kämpfen kann, äh, wird da mehr als nur ein Ellbogen ausgefahren. Und da, alter vergaslich hier, wird da mehr als nur, äh, werden da, ja, mehr als nur Ellbogen ausgefahren. Und das nennt er dann noch ein aggressives Fahren. Ich finde, das ist teilweise drüber. Und, und das ist sogar für das Wort Aggression zu viel. Natürlich, ich, ich finde das auch nicht okay, was in Silverstone passiert ist. Ähm, man muss da auch sagen, Silverstone war genauso viel zu drüber. Ähm, man, man hätte da die Kollision hundertprozentig vermeiden können. Die 10 Sekunden waren vielleicht sogar geschenkt, äh, angesichts des Wins danach mit so einem Vorsprung. Und vor allem dann natürlich auch noch des Jubels. Äh, andererseits, Monza hätte viel schlimmer ausgehen können. Danke nochmal an den Halo auf jeden Fall, weil sonst wäre das Genick von Hamilton abgewiesen. Ähm, auch, äh, Saudi-Arabian hätte schlimm ausgehen können mit diesen Abbremsen und mit diesen DA-Spielchen, weil keiner den anderen das DS gönnen wollte. Also man muss schon sagen, es ist beides, beide Seiten sehr aggressiv und, ähm, auch, äh, ja, auch die eine oder andere Abdrängung. Ich will jetzt gar nicht hundertprozentig auf alles eingehen. Imola, ähm, für mich Highlight des Jahres natürlich auch ein Ungarn Grand Prix, wo es keinen der beiden oben gab. Auch ein Monza, wo es der einzige Doppelsieg der Season gab. Aber, äh, ich will jetzt noch nicht drüber reden. Wir hatten, wir haben, ähm, heute noch ein spannendes Rennen. Morgen und übermorgen kommt dann die Recaps. Trolleyboy wird hier von Fatal abgedrängt. Und wir kommen jetzt zurück zu unseren Rennen, nachdem ich hier schon die Hälfte über die aktuelle Formland-Season gequatscht habe. Wir gehen hier rein. Ja, das war noch gerade in den Tracklimits drin. Äh, und übernehmen da gerade mal den. Oh, da ist keiner noch in der Box. Aber trotzdem übernehmen wir den achten Platz. Es wird, wie gesagt, Schadensbegrenzung werden. Wir werden vielleicht zu Top 3, waren wir ins Top 5 eigentlich. Aber dann haben wir gesehen, ja, mit einem Undercut kann man hier was reißen. Und dann, ja, so muss eigentlich hier mein Ziel die Top 3 sein. Und guckt mal hier diesen Speed-Vorteil gegen den, äh, äh, gegen den Aston Martin an. Wir, wir sind hier eigentlich, ja, 10 Autos weg oder noch mehr. Und kommen hier echt angeschossen. Und Fatal, keine Ahnung, was er hier vorhat. Ja, der, der fährt da innen über den Körper drüber. Das ist ganz, das Auto wird ganz unruhig. Und wir können da easy going, weil er sich irgendwie selbst da eliminiert. Dann können wir ihn da überholen. Jetzt geht in die Box rein. Ähm, Alonso vor mir ist auch in der Box. Und auch Charlie Claire ist in der Box. Luz Hamilton ist in der Box. Ähm, Hamilton mit den gelben Reifen jetzt schon in der Box. Das ist echt früh. Also, Verstappen fährt weiter. Auch Bottas fährt weiter. Und auch, ähm, Nori, ähm, fährt weiter. Gucken wir uns hier mal an. Ja, wir müssen lang kurz warten wegen dem zweiten McLaren. Äh, also nein, wegen dem McLaren. Da war auch, ähm, ich glaub, Stroll war auch in der Box. Also, das war, äh, ordentlich geht's hier zur Sache. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Jetzt heißt es gleich pushen. Ich möchte hier auf jeden Fall wenigstens als Fünfter rauskommen. Vor, ähm, der hat ja auch Bottas mit jemandem gekämpft, mit einer Ferrari. Und wenn wir vor den beiden rauskommen, wäre das schon okay. Ja, das schneiden. Fürs Einmal schneiden gibt es nur eine Verwarnung. Das wissen wir. Ähm, deswegen gehe ich hier raus. So, la, la, Mick, den holen wir uns jetzt mal hier ihm vorbeigehen. TING! Blinker raus. Und, ja, Lila mit zweiten Sektor. Aber das bringt nichts, weil wir ja die plus 17 Sekunden hatten. So, hier rauf beim Beschleunigen. Ja, das ist sehr unruhig, das Auto. Die gelben Reifen sollten durchhalten. Mein Teamkolleg jetzt schon in der Box. Ja, ich müsste mindestens, ähm, ja, unter diesem Tunnel sein, um das hier rauszuschaffen. Hamilton schon wieder vorne. Ähm, vor, hinter Bottas? Nein, Bottas ist hier vor mir. Das heißt, Hamilton führt den Grand Prix Vorführstappen an. Und dahinter ein Ferrari. Aber, ja, was soll ich sagen? Wir kommen hier rein. Wir kommen hier rein. Ähm, Bottas, ja, siebter Platz, siebter Platz trotzdem geblieben. Wir sind ordentlich drangekommen. Hier mindestens vier Sekunden haben wir durch den Undercut oder durch dieses Frühstoppen geholt. Ich hoffe, die Reifen fehlen uns am Ende nicht. Bottas wird schwierig. Außerdem werden die Reifen am Ende auf jeden Fall fehlen. Er ist jetzt schon in der siebten Runde reingefahren und dann auf rot gewechselt. Ähm, das ist echt risky. Uh, Sainz hier mit einem leichten Quersteher. Da hat die KI überhaupt ein paar Probleme. Also, das merke ich auch hier. Ja, jetzt Alonso. Wir hatten Sainz beide jetzt schon überholt. Und jetzt sind wir hier hinter Alonso, der, ja, natürlich ein bisschen zu Bottas einbremst. Das ist gut für uns. Wir kommen hier dran. Aber nicht natürlich viel, weil wir beide DRS haben. Aber wir kommen besser dran. Bottas verteidigt sich hier und ich will hier nicht reinstechen. Ich weiß genau, ich habe hier innen, ja, die Kürzeren. Und, ja, legen wir hier eher, ähm, ja, das zurecht beim Rausbeschleunigen. Genau hier. Habe ein bisschen mehr Schwung mitgenommen, weil Bottas auch nicht den optimalen Exit hatte. Und wir übernehmen hier den fünften Platz. Das ist so mein Minimum, das ich, ja, erreichen wollte. Und Alonso bremst, verbremst sie hier. Und erschreckt mich hier Bottas, der hier nochmal durch will. Bottas, 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 Bottas. Nein, weggedreht hat er sich nicht. Trotzdem. Puh. Das war echt risky hier. Jetzt Alonso. Der ist nicht einfach zu überholen. Aber ich denke mal, ähm, mit dem gleichen Reifen, ja, die sind ein bisschen ein Hass. Mit den gleichen Reifen sollten wir da eigentlich, ja, easy going. Vielleicht Leclerc noch. Aber nur vielleicht. Ähm, aber, ja, Verstappen hat doch die Führung übernommen. Hamilton jetzt nur Zweiter. Und ich denke mal, da steht dem Weltmeistertitel nichts entgegen. Also bei uns hier mal in der Karriere. Schafft Verstappen den Weltmeistertitel. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und, ähm, bei uns natürlich. Ich meine, hier bei uns. Äh, ich möchte natürlich nicht zu viel über die Formel 1 reden. Ähm, wir kommen hier schön dran. Ja, es geht. Wir kommen ordentlich mit. Alonso ist jetzt natürlich, hat jetzt nicht das schnellste Auto. Und hier beim... Das ist gelb. Ich wollte hier noch ganz schnell vorbei. Alonso habe ich hier ganz fair Platz gemacht. Nicht irgendwie rüber gelenkt oder so. Das ist sehr fair. Ähm, das, das meine ich auch. Das sind diese, ähm, Fahrer, die noch Gentleman-like fahren. Wie, äh, ich will sogar sagen Hamilton, weil der fährt nicht zu riskant. Wirklich. Also Bottas auch. Das ist Gentleman-like, wie der fährt. Der hat noch nie irgendjemanden abgedrängt. Noch irgendwie absichtlich ausgebremst. Außer Imola vielleicht mit Russell. Aber ich denke mal, das hat ja auch persönliche Gründe. Äh, und man überholt auch nicht auf dem Gras. Trotzdem. Ähm, und die noch meiner Meinung nach Gentleman-like fahren. Äh, da gehören nicht viele dazu, ähm, die so einen fairen, ähm, Stil haben. Und natürlich so eine Erfahrung haben. Ich finde auch, da gehört auch teilweise natürlich, Nico Hültenberg hat da dazu gehört, Vettel auch teilweise. Aber der ist manchmal auch zu aggressiv unterwegs. Also, der, der, da merkt man auch, der, der ist nicht so ganz zufrieden. Ähm, so, aber jetzt hier kommen unsere Replays. Das ist gegen Fernando Alonso. Ah, nein, jetzt mal gegen Valtteri Bottas. Da sind wir auch schön dran gekommen. Und ja, genau, diesen Berg runter. Ich liebe die Kurve. Die ist echt cool. Man kann da schön dran fahren. Und da haben wir es noch nicht probiert. Und dann hier bessere, ich habe die Kurve ein bisschen härter genommen. Bessere Exit auf jeden Fall, weil Bottas da jetzt nicht auf der Ideallinie war. Und dann mit dem Ross beschleunigen sind wir nebeneinander hier. Äh, ein bisschen Windschatten haben wir, glaube ich, beide von Alonso bekommen. Der hier dann mal alle zu raucht. Ich war hier ein bisschen perplex, weil da kommt, und da kommt Bottas nochmal zurück. Das ist ja ein Wahnsinn. Auch diese Bilder. Ich finde das so schmuf. Wirklich so schmuf. Ähm, genau. Und ja, das, das ist ein cooles Rennen gewesen. Hat auch übel Spaß gemacht. Äh, diese ganzen Überholmanöver. Und, ähm, ja, da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Und dann unter diesem coolen Hotel, das echt schön beleuchtet ist, durch. Da waren wir echt mal ein Ticken nah an Brots wieder dran. Aber, ja, das war nur so das Momentum. Boah, da, da rudere ich ein bisschen über den Körper drüber. Das ist echt nicht schön anzusehen. Und dann Runde 11. Jetzt sind wir wieder back in the game. Wir sind ganz, uh, der Stangerl hier mitgenommen. Das wie Matze, äh, wie Mick Schumacher gestern. Und jetzt sind wir auch in Runde Nummer 12. Haben wir es geschafft, den mega Vorsprung von 5 Sekunden von Leclerc irgendwie aufzuholen. Ich weiß nicht, entweder gehen da die Reifen rein. Auch Bottas hier, der verliert an Boden, kommt nicht mal mehr an Alonso vorbei. War mir klar, dass die auf Gelb, die dann auf Rot wechseln, äh, die auf Rot waren und auf Gelb gewechselt haben, dass sie das nicht schaffen. Also, dass die das nicht stemmen können. Oder das, alter, alter, der zieht da rüber. Alter, und dann fährt er innen über den Körper drüber. Dann, ja, dann, den nehme ich geschenkt, diesen dritten Platz. Nehme ich hier geschenkt mal mit, weil der hat sich da, ja, selbst irgendwie das Leben schwer gemacht. Bottas hat es doch noch geschafft, Alonso zu geholen. Äh, verstoppt mit roter Fans, äh, und mit einem komfortablen Vorsprung von 2 Sekunden. Ähm, wird es das auch gewesen sein bei uns hier. Und ja, wir sind sogar noch an Hamilton drangekommen in der letzten Runde. Äh, eine Sekunde waren wir da vorbei, äh, weg noch. Blöd, dass wir es nicht geschafft haben. Ja, aber so haben wir uns auch nicht in den WM-Fight eingemischt. Also, irgendwie inoffiziell schon, weil wir ja beim Start uns weggedreht haben. Aber, ähm, ja, das war jetzt nicht ein Mischen an sich. Die Strategie, denke ich mal, hat sie ausgemacht. Und da fassen wir sogar noch die 3 Sekunden, die wir Gott sei Dank mit einem 5 Sekunden Vorsprung, äh, vor, äh, Leclerc, äh, die uns jetzt hier nicht schwer, äh, wiegt. Ähm, es war ein cooles Rennen. Und vor allem war es eine coole Season. Wir sind Drive for the Day geworden, obwohl wir eigentlich unser Grab selbst geschaufelt haben. Äh, muss ich sagen. Es war eine coole Mega-Season. War jetzt nicht so optimal. Wir mussten wieder zweimal für die Türkei und, nein, nur für die Türkei, mussten wir diesmal, ähm, ähm, ja, wieder das Spiel, nein, auch Imola war ja damals noch nicht drin und Portimao mussten wir wieder das Spiel wechseln, ähm, aber, ja, ich hoffe natürlich, durch Corona wird sich dann der nächste Kalender nächstes Jahr nicht mehr stark ändern und ich hoffe, wir feiern heute einen verdienten. Ich meine, verdient haben sie es beide, aber dass man auch sagt, mit diesem Rennen hat er sich den Titel verdient. Der oder derjenige. Ich bin echt gespannt. Ich bin so gespannt und habe echt eine Vorfreude auf dieses Rennen. Ähm, ich hoffe, ihr habt das auch und wir verabschieden Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus der Formel 1. Die werden, ähm, ja, wie gesagt, Kimi wird in den Ruhestand gehen, in den verdienten Ruhestand mit seinem Alter, ähm, kann man nicht sagen und natürlich auch hat er in den letzten Jahren echt nicht mehr viel Glück, äh, was auch sein Rennen oder was auch alles, ähm, rundherum betrifft. Er hat zwei Kinder, eine Frau und will wahrscheinlich jetzt auch mal sein Dasein genießen und nicht von, auf der ganzen Welt chatten und immer nur ein paar Wochen zu Hause sein. Ich meine, es ist jetzt nicht der schwerste Job, Formel 1-Fahrer, aber man ist halt viel unterwegs und gerade wenn man Kinder hat und eine Frau hat, vielleicht sogar einen fixen Hauptsitz, ist das jetzt nicht so optimal. Auch bei Vettel kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange gehen wird. Ähm, ja, dann gibt es auch so Fahrer wie Hamilton oder Lohn und so, die sich noch nicht festgebunden haben. Da kann man auch sagen, ja, passt, dann bekomme ich halt später noch Kinder oder so, aber wenn man dann Kinder hat, ist es denke ich mal auch schöner, wenn man das Ganze auch genießen kann. Aber dazu, ähm, ja, das war's dann. Wir werden auf jeden Fall Ende der Woche oder so, äh, nochmal einen kleinen Rückblick machen auf die Highlights, meine Highlights der Season, äh, vielleicht auch mit ein paar Bildern und vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Monaten oder besser gesagt das ganze Jahr über von März an bis jetzt. Abonniert gerne den Channel kostenlos, schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind über alle unten in der Bio und wir sehen uns hoffentlich auf TikTok später nochmal. Da werden wir ausführlich über das letzte Rennen reden, äh, IT-JT oder besser gesagt, IT-Tobi, da wird viel über die Formulanzgeräte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Links sind wir alle unten in der Bio. Wir sind hier Dritter geworden und auch in der WM sind wir Dritter geworden hinter Max Verstappen und Louis Hamilton. Danke für den Support, vielen, vielen Dank. Vorhin kam auch Hotlab, ihr könnt euch nochmal die Streike ansehen. Bis zum nächsten Mal, bis nächstes Jahr für die Möger-Season oder bis morgen hier auf dem Kanal und ciao. Möger-Season.